Wie schön. Machen wir es auch. 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 Ich bevorzuge ja Laserwaffen. Der Schuss ist sauberer und er hinterlässt diesen... Typischen Ozongeruch. Wenn die Pflicht ruft, darf keine Zeit vergeudet werden. Was ist denn jetzt schon... Ritter? Dieses verdammte Ablagesystem. Brauchst du was? Du bist für Clark eingesprungen. Warum? Das war ein richtiger Kampfeinsatz. Das war ein Bild. Die Pridwyn mit voller Vertibird-Eskorte. Geschütze feuerbereit. Wir waren eines der ersten Teams. Dutzende von wilden Ghulen. Wir eröffneten das Feuer und erledigten sie. Dann jagten wir die, die entkommen wollten. So hatte ich es mir erhofft. Aber Clark ist seitdem nicht mehr derselbe. Als hätte er einfach aufgegeben. Seitdem verschwindet er allein ein oder zweimal am Tag. Ich hab mir nie etwas dabei gedacht, aber... Könntest du ihm vielleicht folgen? Sehen, was er macht? Seine Schicht müsste in ein paar Minuten zu Ende sein. Vielleicht ist es nichts, aber... Ich mache mir Sorgen. Meiner Erfahrung nach finden Großmäuler und Wichtigtuer ihr Ende in einem Begräbnis mit beschlossenem Sarg. Okay, das wär's für heute. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Sei gegrüßt, Ritter. Hey. Ich bin nicht im Dienst. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht im Dienst. Ich bin nicht im Dienst. Ich bin nicht im Dienst. kein Hin trash. Vielen Dank. 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 Ich muss die Karte finden. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Laufband endet hier. Das Laufband endet hier. Seien Sie bitte vorsichtig. Vorsichtig. Das Laufband endet hier. Das ist... Das... 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 Ich... Ich... Weiß nicht mehr... Wie viele ich getötet habe. Sie liefen weg. Aber wir... Machten weiter. Ich tötete sie. Ich hab sie alle getötet. Du hast getan, was du tun musstest. Das hat Lucia auch gesagt. Aber wir hätten aufhören können. Sie einfach vertreiben können. Wir mussten sie nicht abschlachten. Nach der Schlacht musste ich nachdenken. Ich fand diesen Ort. Und die Gule. Was sollte ich tun? Es melden? Dann wären sie abgeschlachtet worden. Sie ignorieren? Dann hätten sie unsere Basis angegriffen. Ich dachte, wenn ich ihnen zu essen bringe, bleiben sie vielleicht unten. Dann hätte es nicht noch mehr Tote gegeben. Glaubst du, ich habe das Richtige getan? Glaubst du es? Ich... ich weiß es nicht mehr. Was wirst du mit ihnen tun? Ich weiß es noch nicht. Hm. Gar nicht so einfach, oder? Und? Was ist mit mir? Ich muss das melden. Dann wird man dich holen. Woher musst du verschwinden? Die Bruderschaft verlassen? Einfach so? Ich... du hast recht. Ich habe hier keine Zukunft. Ich... brauche ein paar Minuten, um mich zu sammeln. Geh. Der Aufzug ist im anderen Raum. Nimm meine Schlüsselkarte. Ich komme gleich. Nach oben. Untere Ebene. Das Laufband endet hier. Seien Sie bitte vorsichtig. 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 Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020